Willkommen bei Motocompano. Sprechen wir über Points of Interest, interessante Orte also, genannt PUI, und ihre erweiterte Variante Foto-PUI. PUI sind im Wesentlichen auf einer Karte markierte Koordinaten. Durch einfaches Antippen setzt du einen an deiner aktuellen Position. Vergib einen Namen oder speichere ihn mit dem vorgeschlagenen Namen, bestehend aus Datum und Uhrzeit. Du kannst den Speichern-Dialog in den Einstellungen auch ausschalten und den PUI erst später in deiner Datenbank umbenennen. Ein Foto-PUI speichert ebenfalls die Koordinaten deiner aktuellen Position, öffnet aber zunächst die Kamera, um ein Bild zu machen und das kombiniert mit dem PUI abzulegen. Die beiden PUI-Funktionen sind auch in der vollen Kartenansicht verfügbar. Allerdings wird während laufender Navigation der Speichern-Dialog übersprungen und Foto-PUI ist gar nicht aktiv. Du kannst auch während der Fahrt mit einem einfachen Fingertipp PUI setzen. Alles was mehr Aufmerksamkeit erfordert, ist aber ausgeschaltet, um dich nicht vom Verkehr abzulenken. Um an einer beliebigen anderen Stelle einen PUI zu setzen, drücke lange auf den entsprechenden Punkt. Wenn du dann Erstelle Wegpunkt auswählst, beginnt der Dialog zur Routenerstellung mit diesem Ort als Wegpunkt, aber es wird kein PUI gespeichert. Wähle dafür Erstelle PUI. Du kannst auch nach Orten auf der Karte suchen oder einen PUI auswählen, der schon auf deinem Gerät vorhanden ist. Diesen kannst du dann ebenfalls als Wegpunkt zur Routenerstellung nutzen. Außerdem kannst du den PUI mit der Community teilen oder ihn öffnen, erkunden und bearbeiten. Probieren wir das aus und wählen Detailansicht anzeigen. Der PUI wird im Streamview geöffnet, indem du die Inhalte durchscrollen kannst. Du kannst die Bilder durch Antippen groß darstellen. Die Anzahl der Fotos wird dir in der oberen Leiste angezeigt und mit dem Bildsymbol daneben kannst du sie im Fotoalbum deines Mobilgerätes speichern. Neben dem Streamview sind weitere Ansichten verfügbar. Im Infoview kannst du Text und Tags hinzufügen und umschalten, ob dieser PUI auf der Karte angezeigt werden soll oder nicht. Wenn der Schalter an ist, wie dieser hier, aber grau statt grün dargestellt ist, bedeutet das, dass generell die Sichtbarkeit von PUI auf Karten im Kartenmenü ausgeschaltet ist. Falls du die Koordinaten des PUI anpassen willst, kannst du das im Infoview tun. Drücke einfach lange auf die gewünschte Stelle auf der Karte und bestätige die Änderung der Koordinaten. Du kannst Änderungen auch numerisch vornehmen, wenn du die exakten Werte kennst. Im Editview kannst du Bilder entfernen oder weitere hinzufügen und sie umsortieren. Die hier gewählte Reihenfolge wird im Streamview und im Showview verwendet. Detailview ist eine weitere Ansicht des PUI und hier liegt der Fokus eher auf seiner Verortung auf der Karte als den Bildern. Du kannst von jeder der fünf Ansichten aus eine neue Route mit dem PUI als Wegpunkt erstellen, ihn weiterleiten und in deine Online-Datenbank hochladen. Wenn du eine Datei umbenennen willst, tippe einfach auf ihren Namen in der Kopfzeile. So, damit dürften wir einiges, was es über PUI zu wissen gibt, angesprochen haben. Starte nun gerne eine kleine Erkundungstour und schau, welche PUI andere MotoCompaneros bereitstellen. Lass dich inspirieren und setze deine eigenen PUI an bemerkenswerten Orten. Pass auf dich auf, wenn du unterwegs bist und genieße dein Motorlife mit MotoCompanu.